hallo und herzlich willkommen zurück zu sonic generations hier auf diesem kanal felixitron hat ich weiß nicht mehr wir sind hier stehen geblieben bei sony colors planet wisp ich bin natürlich erst einmal wieder mit dem classic sonic ok fragezeichen fragezeichen das könnt ich sparen das ist kleine wisp seht ihr da die kleinen wisp ich sehe irgendwo auch jacka dabei jacka jacka keine ahnung aber der hat doch irgendwie so geheißen jacka oder so auch dafür sind hier wieder auf kleinen wisp aber das ist noch die schöne seite ja ja natürlich auch noch die hässliche seite kennen also die hässliche seite ist die was so ja hier kann sie schon die doktor ecken die seite momentan sieht diesen roboter da hinten auch da hinten der hat einfach mal die schwarze ich bin von der stachel das spike siehst du genau mit dem kann sagen wende blättern ist auch eine ganz coole funktion ich will nach unten okay so wir sind jetzt kein spikes mehr aber wir werden wieder die sind auch eine coole funktion und werden auch in sony class war und sony force ist auch wiederverwendung das finde ich eh ganz gut und sony class ist eh ein ganz cooles spiel muss ich ganz ehrlich sagen so und ja sony ich weiß es ist ja schon es ist 2010 rausgekommen aber trotzdem ist es ein mega geniales spiel das ist ebenfalls auch der grund warum ich mit euch spielen möchte okay riesen messer aber egal oft so versorgt das habe ich ganz vergessen ich habe mir schon gedacht ich mache irgendwas wie auch in den letzten parks immer ach so da hätte ich einfach abkürzen können ja ideen genau ich bin ich bin ich bin ich ok kass hilfe deswegen was ich einfach planet wispy die msn und ich hasse den wasserplaneten da aber wie tropical resort oder sweet mountain die sind coole oder wie hat das eine noch mal geheißen irgendwas mit star oder muss ich das drücken dass ich weiterkomme keine ahnung oder nein ok weiter geht's wachgott schneller drücken weg da sonnige mannflug das war gerade traurig ich nein da kommt noch trauriger ich werde jetzt hier rauf dem roboter der mir gerade seine wilde pickaxe das sind solche sachen die kann man nicht schnell die kann man schnell bewegen ok da ist gefahr keine ahnung warum da jetzt ein ruchzeichen so das geht auch schnell aus ich bin schon wieder zu blöd um zu denken ich hätte doch einfach das machen können das wäre vielleicht eine abkürzung gewesen aber ich muss immer die komplizierten wege nehmen spikes aber wenn ich das erste mal gespielt habe hat sich nicht funktioniert aber ist auch jetzt egal als bin ich bei der ersten stelle also okay das erste hacken hier schon mal das ist das letzte jetzt kann ich schön hier rauf so hier weiter jetzt geht es erstmal mal der sonnig wieder jetzt nicht okay okay ich dachte mir gerade okay der chillt gerade eine pause ich dachte ich mache hier gerade irgendetwas falsch ich glaube wir sind auch gar nicht mehr allzu weit entfernt von ziel hier nein hier ist es auch schon so geht es auch okay und das kriege ich wahrscheinlich rang es ja perfekt perfekt bonus jahren ist das ist das was ich verdiene der kleine igel der planet wisp okay jetzt mit dem großen sonnig ich habe es natürlich schon mal gespielt das ist ein sehr 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 langes level aber es macht auch sehr viel spaß zack zack ja ne Okay, macht nichts. Hier bekommt man mehr Münzen. Ich habe gerade irgendwas blicken auf dem Felsen, das ist okay. Fuck. Alle Münzen einsammeln. Je mehr, desto besser. Gefährliche Stelle für mich. Nicht, dass ich wieder wie in Sonic Unleashed einfach da wieder holen. Der Fall. Wie hat das immer? Kein Essen. Uff, Topline, glaube ich, oder? Ja, schon. Ah, wieder. Du, 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 du. Du, 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 du. Ah, macht Spaß hier. Gott. Ich sag viel Lachen. Ah. Heee. Okay. Weiter geht's. Oh. Gefährlich. Besonders gefährlich für mich. Sehr gefährlich für mich. Du siehst die eblich halb der Ringe. Das sind wir, ich habe. Heee. Heee. Okay. In die Kanone rein. Nicht da lang. Da lang. Das ist nicht, das ist mein Wort. Oh, mein Fieber. Ja. Die Rocket. Dum, dum, dum. Okay, jetzt sind wir hier. Oh Gott. Ich habe es nicht gemusst. Ich bin da. Warum kann sich der Große sagen, ich nicht mehr blöken. Dafür kann er das. Ich kann nicht mehr. Oder er kann sich nicht mehr mehr den kleinen Balltogo machen. Dafür kann er Heißbeat. Heißbeat. Aber dafür kann er so welche Sachen. Verdammt, ich muss ja welches wieder raufkommen. Ich kann hier keinen Wandsprung machen. Ich komme hier gar nicht mehr rauf. Ach, ich muss hier einen anderen Weg gehen. Nein. Keine andere Weg. Okay, den. Den hebe ich mir auf. So, geht doch. Dock dich. Okay, das hätte er eigentlich auch nicht gebracht. Dock dich. Jetzt ist hier nichts im Weg noch. Volle. Versuchen oben zu bleiben. Perfekt. Perfekt. So, und jetzt kommt der Turm. Und das meine ich. Das dauert jetzt wirklich lange. Na, wenn man schnell ist, ist das nicht so trotz schaffe ich. Aufheben. Nein. Geh weg. Natürlich nehme ich das extra Leben mit. Das ist meins. Au. Das hat weiter. Ich wollte mich einfach zu blöd. Perfekt. 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 Ich habe zwar nur Messinenränge trotzdem perfekt. weg. Höchst ihn versammt. Weg. Bitte. Danke. Das war nicht. Gleich. Nein. Mit diesem Level verlierst du so viele Ringe. Rock. Bin ich da. Wunderbar. Überraschungsangriff. Aufheben. Au. Geht's noch? Bede Bombe. Bäh. Was red ich? Das ist eine Bombe. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt habe ich es gesehen, wie ich darauf komme. So. Uh. Sehr lecker. Ach. Das war knapp. Was. War ich hier schon mal? Nein. Ich komme immer weiter nach oben. Und es wäre besser, wenn ich wieder so eine Stelle mit der Rakete finde. Oder komme ich am schnellsten wohin. Nein. 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 Okay, ich kann wenigstens hier wieder anfangen. Ach, das kostet nicht so viel Zeit! Ich verbringe hier den ganzen Part! In diesem Level! Das ist einfach unglaublich. Aber für den Bosskampf wird sich wahrscheinlich noch ausgehen. Ganz vorsichtig! Speicherpunkt. Wir haben nur mit 12 Level. Rockets! Boom, boom, boom! Rockets! So an der es kommt eine gefährliche Stelle. Und zwar fahrt die Wand das runter. Oh, da kommt sie schon! So, ich hoffe wir haben es nicht weit geschafft. Rockets! Boom, boom, boom! So. So, geschafft. Das war ehrlich gesagt ein mega langes Level. Rang, B-Rang, A-Rang. Es kommt nicht! Es ist einfach so akkulo wie es Level ist. Aber trotzdem so cool auf dem Planet Wisp zu spielen. Adria-Lin. Okay. Hi. Grüß dich. Stimmt. Da-da-da-da-da. Okay. Er schnappt sich hin einfach mit dem Turbo. Das ist ungefähr. Ganz schön fiffig, was? Witzig. Kleine Sonne. Und... Charmy, oder? Ich hatte Angst, weil mich jemand geschnappt hatte. Aber jetzt bin ich wieder frei! 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 Hilfe! Haha, ja. Komm schon, Sonic! Bringen wir die Party in Schwung! Nein! Es ist nicht für eine Party, du... Die haben... Ja, herrasseln! Bin ich nach oben, glaube ich? Oder bin ich wieder komplett falsch? Ja. Ich bin jetzt Lost in Space. Oh, ich bin schon wieder falsch! Da oben muss ich hin! Da! Silver! Sonic! Bist du das wirklich? Bist das wirklich du? Oder bist du nur hinter den Chaos-Enderser? Ich bin ich und bin hinter den Chaos-Enderser. Ja. Was willst du dagegen? Oh, Kampf! Bad Fight! Du-dun-dun! Äh, Silver! Der Hedgehog, ich wollte schon. Shadow-Song. Silver-Mensch. Lass mich in Ruhe! Okay, ich warte. Lass dich selber ein Auto! Ist das die Chance! Lass dich mehrere Autos durchzuschneiden! Zähle ich das? Boom! Alles weg! Versuchen! Versuchen! Autos bewegen sich etwas, bevor sie fallen! Halt dir die Augen auf und keine Ahnung! Das sind keine Autos! Okay, Zeit! Da fahren wir... Da fahren wir... Halbwegs Autos! Und das! Boom! Na, was sagst du, Silver? Ich bin schon pfiffig, was? Au! Okay, das zieht mir aber kein Leben ab! Echt? Zack! 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 Und BAM! Zack! Ich glaube, Silver hat nicht mehr so viele Ideen, ne? Okay, jetzt geht das wieder los wahrscheinlich. Nein, ich geb' nicht auf! Ich hätte gern den Kale-Song. Das ist was. So! Getroffen! Das wäre jetzt ein guter Treffer eigentlich. Wo ist denn hin? Ähm... Ach du heilige Güter! Meteoriten-Einschlag! Meteoriten-Einschlag! Ja gut! Lass mich! Boom! Getroffen! Au! Das muss weh tun! Ich hoffe, wir haben's geschafft! Da hinten liegt er! Seht ihr ihn? Silver! Oder ist er das? Ja, glaub schon! Rang-S! Geht doch! Und wir bekommen von Silver den Chaos-Ermode! So, und ich glaube für... Eine Mission geht sich noch aus! Da ist sie ja! Blaze! Feuer auf Flamme! Du quere die Flamme mit der Hilfe von Blaze! Und gelang rechtzeitig zum Ziel! Okay! Das machen wir noch so! Ruf mich mit der Y! Oh, cool! Geht das auch? Das kann die Drexarbeit für mich erledigen! Ich hab immer gedacht, hä, die war doch schon weg! Weg. Schau. Blaze. Genau. Nichts der Blaze aus Minecraft. Boah. Wenigstens hab ich da ein Checkmate gehabt. Die Musik klingt zu friedlich für das Level. Ja. Klasse. Ich überlasse es dir, dass du mir die Feuerbarrikaden hier wegmachst. actually, dass du nicht hier weg bist. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Danke. Danke. los geht's nein denke erst bevor ich springe als ich das besser ich habe mich gerade noch so gerettet ich denke bevor ich stunden ach Gott ich hasse es danke und die spawnen einfach wieder was die töten da lang so deswegen ist man wieder geschafft nein ok machen wir noch eine Machen wir die drei Missionen jetzt noch fertig ja nein das machen wir im nächsten Part ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein Like da abonniert meinen Kanal das würde mich sehr freuen bis dann und tschaudi vi consequences schre enlighten gestern was se form Untertitelung des ZDF, 2020